Ich bin jetzt das zweite Mal dabei bei WMM. Die Interviews und Studien machen super viel Spaß. Man lernt viele neue Sachen kennen. Es sind super interessante Themen immer dabei, mit denen man sich vielleicht so gar nicht befasst, die aber einem geschält werden und dementsprechend lernt man auch immer wieder was Neues, kann sich mit neuen Produkten auseinandersetzen und ja, deswegen bin ich da immer gerne dabei und kann es jedem empfehlen.